Jo Leute, Grüße aus den USA! Oder bin ich heute doch in London? Nein Spaß Leute, ich bin immer noch in Österreich und diese zwei Busse stehen hier einfach mal so. Für Leute die ortsansässig sind, das ist da ein bisschen weiter hinten. Da wo der Libro ist und Forstinger und Ralfen-Bruckmüller, Product Placement! Und da hinten ist ein Saunaclub, ich glaube das ist so was ähnliches wie so ein Puff. Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Ziemlich geil, sowas sieht man nicht alle Tage. Schon gar nicht in Österreich. Finde ich ziemlich geil, sonst kennt man das nur aus den amerikanischen Filmen. Mal sehen, vielleicht kommt ja auch Cheapers Creepers vorbei. Grund für diesen kleinen Minivlog, ich weiß nicht, vielleicht wird er auch länger. Ich bin gerade beim Reifen wechseln bei Forstinger. Product Placement! Oh fuck! Was für eine Kommerzure! Ne, geht man gar nicht, ne? Naja, und ich muss jetzt so 30 bis 45 Minuten warten. Und ich dachte mir, okay, nimmst du einfach mal die Cam mit und machst einen kleinen Vlog. Ist ganz schön gefährlich, so viele Autos. Vorne ist ja einer mit gefühlten 100 Sachen durchgerast. Keine Ahnung, vielleicht war es ein Testfahrer von irgendeinem Autohaus. Aha, ich werde beobachtet vom Saunaclub. Geil, nicht dass ich da in der Türsteher irgendwie mir da noch nachläuft und mir fett auf die Fresse schlägt. Das kann ich nicht gebrauchen. Haha, das wäre nicht so knarkätiger.